Hallihallo Hallöchen, willkommen hier zu einem neuen Slender Part und wir spielen wieder die neue Map Elementary aus folgendem Grund, wartet mal ich stelle das Mikro, ah ok, aus folgendem Grund, ganz einfach ich möchte die 8 Teddys haben, wenn ich die nicht bekomme dann bin ich wütend, außerdem will ich den Keks haben, außenstehende wissen jetzt nicht was gemeint ist, manche Leute wissen was mit dem Keks gemeint ist, ich will den Keks. So, Elementary, wunderbar, ja so hässlich bin ich doch auch nicht Mensch, muss meine Mutter sagen, nicht mir, finde 8 Teddys werden, ja, ich werde es jetzt wahrscheinlich bei jeder Slender Map so machen, dass ich, ähm, ja, dass ich so lange Let's Plays davon mache, bis ich alle 8 Seiten oder alle 8 Teddys geholt habe und dann tatsächlich überlebt habe, so wie es bei Sanatorium war. So, hier A mal B ist gleich, ach du scheiße, nee, in ein paar Tagen geht die Schule wieder los, also von daher möchte ich das alles gar nicht sehen. Die Scheiße meiner Meinung nach bei Elementary ist, boom, kaputt. Nee, die Scheiße hier ist, dass man die Teddys schwer findet und, ja, in dem Moment finde ich gleich einen Teddy und das ist wirklich blöd gemacht, dass der Slender, der braucht gar nicht nah an einen stehen, dann dreht man sich gleich um, das ist ein bisschen blöd. Das ist Pickups, ah, nee. So, los geht's, hier ist kein Teddy. War mir aber schon fast klar, dass hier kein Teddy ist. Wenn wir jetzt noch 7 Minuten oder so schön abkratzen, dann machen wir ruhig nochmal einen neuen Versuch. Ist kein Problem. Hallo Teddy. Grüßt euch. Ach ja, wie ich dieses Geräusch liebe. Liebt ihr dieses Geräusch auch so wie ich? Schreibt es in die Kommentare. Das ist scheiße, es wird immer schwerer. Mein Fehler ist... Tag. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nee, mein Fehler ist... Meines Erachtens nach... Guten Tag Slender. Äh, mein Fehler ist... Dass ich zu viel Scheiße nebenbei mache. Also... Ich verlaufe mich dann und gucke zu viel rum und... Ich weiß auch nicht, ob ich hier jetzt schon mal war. So seht ihr, ne? Ich gucke mich einfach zu viel um. Aber... Hier von 8 Teddys, da sind wir letztes Mal gestorben. So, hier ist der fette Mutant. Das ist schön, wo Hilfe dran steht. Und hier geht's weiter. Na toll, langer Gang. Wie motivierend, meine Freunde. Ne Sackgasse. Was ist denn das für ein Scheiß? Und gleich steht der Slendy um die Ecke und ich habe keine Chance mehr zu fliehen, ne? Ich will gar nicht wissen, wo der jetzt steht. Der steht jetzt links oder rechts. Ne. Also er... Ja, vor allem steht er auf einmal vor mir. Was soll denn der Kack? Ich habe aber schon gemerkt, irgendwas hat mich ein bisschen so nach hinten gezogen. Aber ich glaube, es wird... Ich werde wieder bei 4 Teddys scheitern. Ah, fuck. Ne, ich laufe erstmal raus. Raus ist erstmal gut. Ach, hier draußen sind auch Teddys. Wusste ich gar... Der ist jetzt gerade... Ah, so eine Scheiße. Uh, ja. Ah, Scheiße. Komm hier, gleich nochmal. 5 und 8 Teddys. Das ist so scheiße. Man merkt schon, wenn der wirklich kommt. Das merkt man. Natürlich möchte ich weitermachen. Wann geht's denn jetzt? Ach so, ich muss aufs Z drücken. Ja, hab ich vergessen. Ne, das ist so scheiße. Ich spüre schon... Man sieht das schon vielleicht am Bildschirm auch. Dass der einen ein bisschen so zieht. Und dann steht der auf einmal links und dann... Oh, Mann. So, ich habe... Ganz, ganz schlechte Gefühle, was Elementary angeht. Ringerei. Ja, komm, wir wissen es. Gibt's doch nicht. 5. Ich glaube, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, hier 8 Teddybären zu finden. Das schafft kein Mensch. Niemals. Ja. Ringe, Ringe, Reihe. Die Scheiße ist ja, dass der Slendy... Nach 7, 8 Minuten kommt der... Von allein. Und, ja. Ich habe auch den Sinn, glaube ich, darin langsam erkannt, warum der dann allein kommt. Wenn man sich jetzt nämlich auf die Suche nach den 8 Teddys vorher schon machen will, also so nach dem Motto, komm, ich erkund mal die Gegend. Äh, äh, nichts ist. Dann kommt der Slender. Und deswegen ist das so gemacht, denke ich zumindest. Wäre für mich die sinnvollste Variante. Und wir suchen den ersten Teddy. Und ich lese das nochmal vor. 5, 6, Pick-up-Sticks. 7, 8, hat Fenster kaputt gemacht. Wunderbar. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber... Wunderbar, Mensch, du. Hier, das ist so überzeugend gemacht worden, also... Kann man gar nichts sagen. Wunderbar. Jetzt bin ich wieder hier... Verdammte Scheiße. So, hier war ich schon, ne? Oh. Ah, fängst du schon wieder an? Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo ich nicht war und... Ich möchte euch nur berühren, kleine Teddys. Nur berühren. Sort it out, bla bla. Please use. Ja, schön. Schön, haben wir auch mal gelesen, ein wenig. Und da ist ein... Ne, das ist kein Teddy, das ist ein abgehackter Arm. Sind sich zum Verwechseln eh nicht, aber... Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ach, guck an, du, hier hängt ein Tay. Und die Jagd beginnt. Schlendi, Wendi, ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich bin großer Junge. Glaube ich zumindest. Mir fällt gerade nicht ein, was das Wort Heid bedeutet. Aber nun gut. So, hier ist wieder ein größerer Klassenraum mit dem Teddy. Ach, wenn diese Psycho-Geklappe nicht immer wäre. Ich glaube, ab drei, vier Teddys kann man... Ab vier Teddys kann man es vergessen. Oder ab fünf. Vier, fünf Teddys. Dann ist man aufgeflogen. Ach, wie ich das liebe. So, wenigstens ein Teddy gefunden. Ach, nur nicht den Kopf verlieren, mein Freund. Wird schon wieder. Ach, du Scheiße. So, jetzt tue ich genau das, was ich vorhin getan habe. Guten Tag, Schlendi. Ich renne mal hier hin. Oh Mann. Das ist doch so eine Scheiße. Oh, Alter. Gibt's das denn? Komm, noch einmal. Nee, das ist so... Freunde, ihr versteht mich da sicherlich. Ihr seht jetzt hier die Zahlen. Die könnt ihr wunderbar links in der Ecke lesen. Da gibt's überhaupt kein Problem. Wunderbar. Nee. Alter, fünf Seiten. Und vor allem, genau an der fucking selben Stelle wie letztes Mal. Ich hab versucht, den nicht anzugucken. Aber dann hat er sich gleich wieder nach links teleportet. Teleportet? Geportet. Geportet hört sich schöner an als geteleportet. Oder teleportet. Teleportet hört sich scheiße an. Genauso wie der Slender. Der ist auch scheiße. Elementary. Hoho. Soll ich Angst haben vor einer Grundschule. Frag mich überhaupt, was das für eine Grundschule sein soll. In der die alle noch mit ihren Teddys kommen. Obwohl... Wir wurden in der Grundschule damals auch immer ziemlich verhackert. Also... War eigentlich so an der Tage. Puh, das ist... Man verwöhnt die Kinder viel... Ach, das ist da drüben. Okay. Äh, man verwöhnt die Kinder, meine Meinung nach, viel zu sehr. Aha. Was heißt die Kinder? Ich bin selber noch 15. Also von daher... Obwohl, jetzt 10. Klasse. Ja, sollte man nicht mehr als Kind jetzt unbedingt anerkennen. Aber man verwöhnt sie zu sehr, meine Meinung. Aber ich sage das lieber nicht so laut, sonst kommen einige Eltern hier. Was war... Ist denn das immer? Jetzt kommen einige Eltern noch aus schönen Ideen. Wenn ich das so sage. So nach dem Motto... Ach, er hat gesagt, es ist zu schön, werden zu soll verwöhnt. Naja. Ja, auch nicht schlimm, ne? Slendy, wir haben den ersten Berg geholt. Willst du uns nicht jagen, du fettes, hässliches Etwas? Willst du nicht? Tja, tut mir leid. So, wunderbar. Hier war sowieso nichts drin, wo der Penner stand. So, 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 so. So, 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 la, 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 la. Alles zu hoffen hoch, gelingen wird's dir nicht. Die dunkle Brut ist mächtig und du ein kleiner Wicht. Ja, hast du gehört, Slendy? Kleiner Wicht bist du. Ein sehr, sehr kleiner Wicht. Hier hat man das, das Land. Nimm doch ein paar Sachen und die Beine in die Hand. Ploppelbrudel macht alles nieder, die Horde rennt, ich scanne wie er steht, die Horde rennt, sie singen ihre Lieder, die Teddys hängen und alles hinter ihm präumt. Und jetzt geht's wieder die Party ab. Ab jetzt wird das Lender eigentlich erst richtig präsent, sag ich mal. So, hier war er. Ja, er wird präsent. Man merkt schon, dass er da ist. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber ja. Mein Rat schlagt es an die Entwickler. Bitte macht den Slenderman gruseliger. Nach einiger Zeit, finde ich, hat er seinen Witz dann auch verloren, das Slenderman. Du kleiner Assi. Was soll denn die Scheiße? Ich hab so das Gefühl, dass er sich jetzt richtig porten kann. Das war in den anderen Teilen doch noch nicht so extrem krass, wie hier. Meiner konnte sich auch schon porten, ja, okay. Slenderman, Slenderman, du kamst aus dem Wald. Slenderman, 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 Slenderman. Doch da war es dir zu kalt. Deswegen bist du ins Haus gegangen. Ähm. und dann die rücker dazu muss mich erst mal suchen du idiot so da habe ich will die puber schon runtergeholt wenn die wenn die schlenden die wenn die wir alle lieben dich wenn die wenn die schlenden die wenn die und auch verhren dich ganz ruhig jungs jetzt wird krank scheiße jetzt wird lustig jetzt wird lustig jetzt wird lustig du kreatur der nacht und ich sag nur gute nacht ok sechs teddies von acht teddies ich hatte das gefühl wir waren nah an den siebten teddy ran aber ich sag erst mal schlenden die wenn die schlenden die wenn die bald werden wir uns wieder sehen tschau euer krankes